Wunderschönen guten Tag! Ich nehme euch heute mit auf eine Wanderung zur Ruine Freienstein in der Gemeinde Neustadtl an der Donau. Also, ich schätze mal, dass ca. das erste Drittel die Donau entlang geht, wo es wunderschön ist, als wenn es einen Tag wie heute, wo die Sonne scheint. Herrlich! Die Donau habe ich jetzt erst einmal hinter mir lassen. Jetzt ist da schon links rauf gegangen im Wald und ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin bei der Ruine Freienstein angekommen. Es war ein wunderschöner Weg, wenn auch ein bisschen herausfordernd, aber es war echt mega genial. Und ich schau jetzt noch, ob ich diesen Aussichtspunkt noch finde, wo man schön auf die Donau runterzieht und nehme euch da auch noch mit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.